Hi Leute und willkommen zurück zu No Man's Sky. Wir sind jetzt gerade in einem alten Frachter-Frag und legen jetzt gerade ein paar Loot-Punkte frei. Aber hier ist noch eine Kapsel, genau. Und ich habe ja den Hauptschlüssel zum Glück, das heißt ich kann hier ordentlich looten. Problem ist, es haut ordentlich Strahlung raus. Na, nicht erhalten, okay. Passt. Ich weiß zwar nicht, was ein Anid ist, aber... So, sonst war hier glaube ich nichts mehr zu looten, oder? Ne, sieht gut aus. Vergrabener Vorrat, aber das liegt halt überall. Okay, eine Frachtkapsel ist noch drin. Habe ich überhaupt noch Platz? Ja, einen habe ich noch. Weil ganz ehrlich, das Zeug, wo hier drin liegt, ist ordentlich was wert. Technologie repariert. Und raus. Anti-Materie, okay. Okay. Ja, schnell raus bevor... okay, ist schon erledigt, passt. So, hier drüben war nämlich noch ein Wort, wo ich haben wollte, genau. Wissenstein markieren. Darf ich es da hoch zu kommen? Schon. Ja. W- 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 ok du fällst da jetzt wieder rein so den habe ich mir markiert ist hier sonst noch was da ist auch ein wissensstein und hol ich mir den zuerst ich brauche die sprache damit ich handeln kann hoffentlich kommt jetzt kein sturm das ist sturm unbekannt so da war doch noch einer oder? ja markieren ne also langsam komme ich mit den gimmicks klar ich denke zwar viele ist immer noch nicht so ganz aber könnte ja schon mal sein trotzdem habe ich meinen raumschiff ja da hinten irgendwo stehen glaube ich ja wort? nicht? ok ist noch ein wissensstein ich brauche die sprache wenn ich allein so viel zurück zum verkaufen habe aber das frachtschiff war schon ordentlich was drin verwende mich dass es nicht komplett gelootet wurde aber hat wahrscheinlich keiner den hauptschlüssel gehabt ok komm schon was ist er denn? ach komm dafür stirbst du jetzt Pflanze jetzt geht gar nicht hier gibt es ordentlich Sauerstatt zum glück hier ist er jetzt ordentlich Sauerstatt zum glück nein das ist schlecht na verriet kann ich nur mitnehmen oder? ne ich bin jetzt der wissensstein hm na ich hab doch gerade ein da hinten ist er da hinten ist er bin mal wieder auf Weltreise oh no da kann ich jetzt noch Sauerstoff mitnehmen oder nicht? ne der Sauerstoff geht das ist kein Problem nur bei Ferit hat er gerade ein bisschen Probleme was? ich habe eine Siedlung entdeckt? oh what? wissensstein oh nice die sind lauter wissensstein die hatte ich doch alle schon oder? wo ist denn hier eine Siedlung? hm gefährliche Flora ach ich habe aus Versehen eine Flora markiert oder was? es heißt ich laufe hier gerade rum und will Wörter lernen die ich schon längst kenne was? ich weiß ich muss zurück zum Raumschiff jetzt erstmal oder kann ich mein Raumschiff hierher rufen? da unten da unten kannst du auf jeden Fall hin rufen jo leider da oh du kriegst jetzt ein wo ist denn jetzt der Antrieb? ne 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 muss ich die Das erklärt jetzt trotzdem nicht, wo mein Antrieb hin ist. Im Inventar unter X? Ja, ich weiß schon. Aber wo ist der Antrieb? Ach, da ist er. Okay. Okay, und ich habe natürlich jetzt die restlichen Dinger nicht. Okay. Mikro-Prozessoren kaufen. Okay. Kaufen. Verkaufe Objekte im Handelsterminal einer Raumstation. Okay. Ja, jetzt will ich erstmal wieder zurück. Ich habe ja so viel Zeug. Okay, ich hoffe mein Treibstoff reicht. Sonst habe ich ein Problem. Sonst bin ich gestrandet im Weltall. Das kann mir natürlich passieren. Ich müsste doch eigentlich noch Uran haben, oder? Ja, ich habe noch massig Uran. Jetzt geht's. Impulsantrieb! Impulsantrieb nicht verfügbar. Einfach alles wegdatschen. Und ich weiß jetzt, dass ich auf der falschen Seite reingeflogen bin das letzte Mal. Vielleicht ist es jetzt richtig. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Wahrscheinlich macht er jetzt wieder einen kompletten Dreher. Zum Aktivieren des Boosts. What? Warum sollte ich das hier machen? Okay. Zum Glück muss ich hier nicht selbst landen. Das wäre eine Katastrophe. Gleich will gegen die Wand fliegen. So. Schalter beim Verkaufen. Okay. Wie muss ich da gar nicht bei denen sein, oder was? Genau, weil das wollte ich ja verkaufen. Wie mache ich das jetzt? Kaufe Objekte im Handelsterminal einer Raumstation. Schalte beim Verkaufen mit heller Exoanzug und Raumschiffinventare. Ich dachte, die verstehen mich nicht und wollen nicht mit mir handeln. Oder geht das hier über das Terminal? Galaktischer Markt. Okay. Oh, ich kann ja sogar zurück kaufen. Nice. Vielleicht will er verkaufen. Also das Computer ist gar nichts wert. What? Das ist nice. Alles weg. Kriegstoff. Ja, Uran ist gut was wert, aber ich glaube, das war halt echt geborgenes Fregattenmodul. Das war das, wo ich, äh, doch eine Forschungsstation an Bord eines Frachters könnte sein. Kaufe ich das? Das ist ordentlich viel. Aber behalte ich das, die Antimaterie? What? Raumschiffüberantriebe, dann behalte ich das lieber. Hat ich nicht noch irgendwas, wo ich weg... Ah, genau. Zähflüssigkeit. Müsste doch schon reichen, oder? Nee, reicht bei weitem nicht. Heißt, ich muss es verkaufen. Jetzt habe ich genug. So, jetzt brauche ich ein Mikroprozession. So, brauche ich da jetzt noch ein Mikroprozession? Ah, da waren welche. Vier Stück? Ne, fünf, oder? Einer noch. Ah, passt. Rheumatisches Metall raffinieren, okay. Kann ich jetzt schon in etwa ein bisschen mehr mit denen reden wahrscheinlich, oder? Okay, ich habe gar nichts verstanden. Ähm, Sprachfähigkeiten eben. Und scheint bereitet sich gelehrten Entität drunter vor sich Notizen zu machen. Wie ich vorstelle mein Gehirn auf der Suche nach dem beeindruckendsten Korvax Wort, die ich kenne. Wissen. Er freut sich dieses Wort zu hören und unterbriert dir das als Interesse für Technologie. Schenk mir eine gewisse Menge Nanit, damit ich dieses Wissen weiterhin verfolge. Uh. Uh. Und was ist mit dir? Nein, Reisende. Nicht, äh, nicht. Anzeichen der Angst und Überraschung. Es ist klar, dass sie nichts mehr zu sagen hat, okay. Also es ist doch cool, die hat mir einfach mal was geschenkt. So, was sagst du jetzt? Okay, ich verstehe kein Wort. Hm, schade. Ich muss ja nur Glück haben, dass er irgendwas sagen, wo ich irgendwie entschlüsseln kann. Ist der der Reisende? Du kennen? Oh, er stellt eine Frage. Was ist dein Rhythmus? Okay. Um Hilfe mit dem Korvax Dialekt bitten. Es scheint als fände in Korvax übergreifende Konsultation statt. Einen kurzen Augenblick später erscheint bei Entity Head wieder alles beim Alten zu sein. Die Lebensfolge zeigt mir eine Liste mit Sprachsymbolen. Uh. Freundschaftssymbol. Oh. Nice. Ich glaube, dem kann ich aber nichts mehr entlocken, oder? Sprachfähigkeit üben? Ich versuche, ein passendes Wort zu finden. Portion. Mit einem Diagnose-Scanner meiner Ausrüstung vor, obwohl mich die Lebensform nicht berührt hat. Nur merke ich mal, wie meine Lebenserhaltung aufgeladen wird. Oh, okay. Die können mich auch aufladen. Spezialist. Okay, ich verstehe kein Wort. Um Hilfe mit dem Gag-Dialekt. Oh nein, es gibt noch mehr. Ähm. Gag-Symbol. Oh, ich habe ein Wort gelernt. Gag. Wahnsinn. Es ist aber richtig cool, dass ich das von denen lernen kann. Okay, der hat keinen Bock auf mich. Was ist mit dir? Ach, den hatte ich schon. Um Hilfe. Oder im Corvax-Dialekt bitten. Was will ich denn lernen? Ähm. Ein Reisender-Symbol? Ja. Woher? Oh. Nice. Das ist cool. Was ist mit dir? Habe ich dich schon gefragt, ob du mir was beibringen kannst? Okay, der hat schon alles. Schade. Was? Ah, okay. Nice. Reisender ist nicht okay. Ein bisschen was. Es ist seltsam. Er scheint äußerst nervös zu sein. Ähm. Um Hilfe mit dem Corvax-Dialekt bitten. Eine Liste. Okay. Was will ich denn lernen? Ähm. Ein Handel-Symbol. Handel. Okay, nice. Wachfähigkeit üben. Ähm. Mit Wissen. Scheint das Wort sehr zu gefallen. Lebensform nimmt offensichtlich an, dass ich fließend Corvax spreche und beginne ein ausführungsliches Gespräch über mein Anzug und mein Multiwerkzeug. What? Oh, nice. Ansehen bekommen. Cool. Was ist mit dir? Ich hatte dich schon, oder? Schöne. Das Problem ist halt... Okay. Ich habe nämlich am Anfang einen nicht genommen, um mir irgendwas beizubringen. Ah, siehe da. Sprachfähigkeit üben. Ähm. Ich probiere... Wissen. Es funktioniert immer. Oh, er ist inspiriert. Nice. Mineral... 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 Minenlasermodul. Uh. Es ist bereits gebrauchsfähig. What? Das ist cool. Okay. Wo... Wo pack ich das jetzt in meinen Minenlaser rein? Im Inventar, oder was? Exo-Anzug. Achso. Ah, okay. Nee. Was? Installieren. Cool. Das ist richtig cool. Wird ich den gelben schon? Nee. Okay. Da habe ich jetzt nicht so viel verstanden. Ich dachte, meinen biologischen Körper etwas bemitleidend. Nicht zum ersten Mal frage ich mich, was hinter der Maske der Entität steckt. Ähm. Um Hilfe mit dem Dialekt bitten erstmal. Warum zustimmt? Ähm. Ich will ein Korrezymbol. Echos. Okay. Sprachfähigkeit üben. Bitte. Untersucht mich nach Verletzung. Nee, ich habe keine Verletzung. Besucht. Besucht. Okay, schade. Scheinbar waren das alle. Wobei, auf der anderen Seite sind da auch noch welche, oder? Händler? Achso, weil ich so viele Units verdient habe. Okay. Ich will sogar noch mehr lernen. Dafür muss ich jetzt erstmal herausfinden, was hier abgeht. Was willst du? Schrotthändler Casinovo? Schrotthändler Casinovo? Eine Reihe von Lichtern zuckt über das Visier von der Lebenswollspürer ein Brickeln auf der Kopfhaut. Es fühlt sich unangenehm, als würde jemand meine Gedanken durchstöbern. Fragen, was zum Verkauf steht. Gut, nach neuen Anerkundungen. Okay. Boah, die Nahten für 5 Millionen. What? Alten Schrott kaufen. Muggelware? Unreine... Oh, ich hätte das unreine Metall nicht verkaufen gedurft. Oh no. Okay, das wusste ich nicht. Schade. So, was ist hier? Ah, den hatten wir doch vorhin schon, oder? Oder ist das ein anderer? Das tust du wirklich? Verzeih mir, aber ich suche dich schon so lange. Ich habe den Auftrag. Warte, kann man mir reden? Ich gehe in diesem und jedem anderen Kreislauf zu helfen. Aber keine Angst, ich wurde meine Liedze schon vor langer Zeit bezahlt. Es ist also alles erst rein. What? Wenn der Fremde spricht, nehme ich plötzlich einen Geruch. Ein Ferrum infiziert mein Gehirn und schenkt mir Erinnerungen an Orte, an denen ich nie war. Werden Dinge, die ich nie getan habe. An mich selbst, wie ich einen Spiegel schaue, alt und allein. An einen Gag, der seine gefallenen Brüder hält. An ein Geschäft, das erst in vielen Jahren abgeschlossen wird. An einen Vertrag für den gesamten Kosmos. Die Vision endet und der Aufseher ist immer noch da. Der Aufseher verspricht mir, meine Basis zu erweitern, um weitere Arbeiter rekrutieren zu können. What? Kann ich nicht einstellen. Jedenfalls noch nicht. Identität. Oh, noch eine. Vorwachsentität, Hilfe. Okay, cool. Metall geben. Nichts passiert, die Lichter der Maske erlöschen. Eine frische elektronische Lebensform wird in die leere Metallhülle heruntergeladen. Die neue Identität ignoriert mich. What? Hilfe mit dem Dialekt bitten. Ich nehme noch ein Vorwachssymbol. Panzer? Okay. Wahrfähigkeit üben. Wahrfähigkeit üben? Nee, mal wieder Wissen, würde ich sagen, oder? Oder Handeln? Ah, noch. Allerdings sieht es so aus, als ob diese Lebensform dieses Thema... Okay. Schade. Ach, hier kann ich auch verkaufen. Okay. Hatt ich dich schon vor Strecke, Hase? Ich verlange einen Platz in deine Thronwelt eindringen. Ach, kann ich die Anwerbung? Uh. Was? Blindungen wird in der Vernichtung enden? What? What? Was war denn das jetzt für eine Aktion? Oh, Waffentermin. Was kann ich denn hier machen? Gleich. 21 Plätze. Okay, das kostet ein bisschen mehr. 21 Millionen. What? Ja. Ja, das kostet ein bisschen mehr. Das kostet ein bisschen mehr. Das kostet ein bisschen mehr. Ach Gott, so viel habe ich nicht. What the fuck? Was hast du? Technologie zu verkaufen, oder was? Das kostet ein bisschen mehr. Okay, das ist noch teurer. Ne, ich glaube von denen bekomme ich nichts. Was ist jetzt das Aussehensmodifikator? Erfolg, was? Kann mich zu einem Gag machen? Aber dann müsste ich doch die Sprache sprechen. Uh. Das ist cool. Was ist das was? Oder kann ich das einfach so machen? Das ist cool. Körperform. Oh Gott. Nehmen wir das hier. Groß, Kopf, mehr Farbe. Ja. Nehmen wir was dunkles. Das hat was. Und dann die... Okay. Warum bin ich jetzt bei den Augen? Nach Kopf kann ich nur eine Farbe festlegen. Nehmen wir... Das schwarze schaut am besten aus, oder? Oder dunkelbrauch? Ne, das ist schwarze. Augenfarbe machen wir... Dunkelrot, oder? Oder schwarz? Ne. Noch ein bisschen schwarze, komisch, ne. Nehmen wir dunkelrot. Das war so. Ja, das kann man lassen. Panzerung machen wir auch schwarz, oder? Wobei... Da finde ich die Farbe fast besser. Oder dunkelrot, ja. Oh, ich bin ein Außerirdischer. Und schaut ziemlich weird aus. Und der ist ziemlich groß und das ist echt weird. Ne, das ist... Das ist komisch. Ja, voll gerne. Ja, voll gerne. Bin ich lieber eine Anomalie. Nein, was? Ja, doch. Ich möchte weiter bauen. Aber ich möchte jetzt erstmal schauen, wie das aussieht, wenn ich rumlaufe. Ja, das ist ziemlich weird. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Wir laufen an die Gag rum. Echt nicht. Dein Rucksack kann ja auch mal passen. Ich lasse mir den Zufall generieren, bis mir einer gefällt. Ich lasse mir den Zufall generieren, bis mir einer gefällt. Und irgendwann gefällt mir einer. Irgendwann gefällt mir einer. WTF? Der hat was. Gelb. Oh Gott. Der hat was. Da ändere ich die Farbe. Ja, und der kriegt auf jeden Fall die Farbe mit rein. Das geht mir gar nicht. Wobei. Dunkelblau, ja. Der spricht ja dann trotzdem nicht die Sprache von denen, oder? Das ist echt verwirrend. So, jetzt sieht er doch schon schick aus. Banner. Okay. Achso, das was mir angezeigt wird. Das ist wurscht. Ja, das schaut gut aus. Jetzt sind wir ein Außerirdischer. Waren wir wahrscheinlich vorher schon, aber irgendwie. Der Zeug ist ein komisches Tutank. Schon wieder ein Meilenstein. Wo kann ich jetzt mit dem Ding reden? Nee, geht nicht. Schade. Weil dann würde ich sagen, wir fliegen wieder zurück. Oder nee, ich bleib noch hier. Ich möchte mich noch mal umschauen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschau. Tschau. Musik 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 économique Musik Vielen Dank.